Das Spital Wallis engagiert sich, den Patienten im ganzen Kanton eine Spitalleistung auf dem höchsten Stand von Qualität und Sicherheit zu bieten. Im Jahr 2021 wurden 680.000 ambulante Behandlungen gewährleistet und mehr als 40.000 Patienten wurden an einem der sieben Standorte des Spital Wallis stationär aufgenommen. Das Spital bietet Leistungen in praktisch allen Bereichen der modernen Medizin an, sei es in der akuten und nicht akuten somatischen Patientenversorgung, in der Psychiatrie oder bei Laboranalysen. Im Laufe der Jahre wurden rund 80 Vereinbarungen und Kooperationen mit dem Universitätsspital Watt, dem Universitätsspital Genf und dem Inselspital in Bern abgeschlossen. Das Spital Wallis umfasst zwei Spitalzentren, ein Zentralinstitut der Spitäler, ein Service Center und eine Generaldirektion. Letztere hat ihren Sitz in Sitten und ist strategisch ausgerichtet. Sie verfügt über eine administratives und eine medizinisch-pflegerisches Management sowie über weitere spezifische Kompetenzen. Das Service Center befindet sich ebenfalls in Sitten und vereint die administrativen, finanziellen und IT-Aktivitäten, die von allen Zentren des Spital Wallis genutzt werden. Das Zentralinstitut der Spitäler mit Sitz in Sitten beinhaltet 13 spezialisierte Dienste, die zahlreiche übergreifende Aufgaben für die Einrichtungen des Spital Wallis und des Spitals Riviera Chablis sowie für andere Partner des Gesundheitssystems wahrnehmen. Außerdem betreibt sie die Zentralsterilisation in Martinach und Labore an den verschiedenen Spitalstandorten im Wallis sowie im Spital Riviera Chablis in Renner. Das Spitalzentrum Oberwallis mit seinen zwei Spitälern in FISB und BRIG ist in neun Kliniken und einen medizinisch-therapeutischen Dienst gegliedert und handelt nach projektbezogenen, synergistischen, komplementären und patientenorientierten Ansätzen. Das Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis leitet die Spitäler in Sitten, Sieders und Martinach sowie die Klinik Seintame in Sein-Mauris und das psychiatrische Spital Malevo in Monti. Es ist in neun Pools und 13 Fachabteilungen gegliedert, auch hier mit Fokus auf Projekte, Synergien, Komplementarität und effiziente Patientenbehandlungspfade. Mit seinen 5700 Mitarbeitenden spielt das Spital Wallis eine immer wichtigere Rolle bei der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten aus der ganzen Schweiz. Mehr als 440 Assistenzärzte und Klinikleiter werden jährlich an den verschiedenen Spitalstandorten des Kantons ausgebildet und perfektioniert.